Musik Was mir besonders gefallen hat, ist, dass man die kleine Welt der Security hier auf einem Haufen trifft und alte Bekannte wieder trifft und sich über aktuelle Themen austauschen kann. Wir haben am besten mit den Vorträgen gefallen, die hier von der Keynote bis zu den Herstellern und der Abend-Event war natürlich auch noch dementsprechend nett. Also ich bin zum ersten Mal hier und muss sagen, ich bin begeistert. Es hat mir sehr viele Inputs gegeben und ich gehe mit dem vollen Kopf nach Hause mit vielen Ideen und noch fast mehr Fragen. Weil NTT der Security-Anbieter hier ist in Deutschland, insbesondere mit Schwerpunkt in dem Security Advanced Security Portfolio und wir einfach als Partner von NTT natürlich bei solchen Veranstaltungen mit dabei sein möchten. Insbesondere, weil natürlich dann auch das Kundenklientel hier ist, das wir benötigen, unsere Vision zu platzieren. Die Location ist natürlich fantastisch und natürlich sehr viele Kundengespräche, aber nicht nur Kundengespräche und Leads sind wichtig, natürlich auch den Kontakt zu den NTT, Consultants und Vertriebsleuten, enger sich zu connecten und natürlich das Ganze, ja und das Bier am Abend an der Bahn natürlich auch. Wir sind zum wiederholten Mal auf der ISW und freuen uns, dass wir wieder mit dabei sind. Wir sind mit mehreren Leuten heute hier am Stand und sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Wir haben uns gewünscht, dass wir Bestands- und Neukunden adressieren können mit unseren Sicherheitslösungen. Genau das ist der Fall, von daher sehr gelungene Veranstaltung. Der Solution Campus, der von der NTT ComSecurity zur Verfügung gestellt wird, ist eine tolle Institution, weil wir unseren Kunden dabei auch dann die Lösungen in der Praxis zeigen können. Das ist natürlich eine tolle, tolle Geschichte. Als Ausständer nehmen wir dieses Jahr teil, weil sich die ISW als Security Advisor etabliert hat. Wir haben immer positiv darüber gehört und es ist für uns einfach eine gute Gelegenheit, mit hochwertigen Kontakten ins Gespräch zu kommen und die Partnerschaft mit dem strategischen Partner NTT zu intensivieren. Die ISW ist eine spannende Messe mit interessanten Gesprächen. Alle haben Spaß, auch an der Abendveranstaltung. Und ja, ich finde es sehr positiv und würde mich freuen, nächstes Jahr wieder dabei sein zu der TÜV. Die ISW ist für uns eine sehr gute Plattform, um mit unseren Kunden, bestehenden Kunden und auch mit zukünftigen Kunden, also Kunden der NTT bereits, Kontakt aufzunehmen, gute Gespräche zu führen und natürlich auch mit den Kollegen von der NTT ausführlich über gemeinsame Projekte zu sprechen. Wie ist das für uns wichtig? Für uns, es ist wirklich wichtig, zu ergraben, die Markt auf eine sicherer File-Sharing und Collaboration solution. Wir wissen, dass in Deutschland, die Unternehmen sehr, 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 zu belegen, dass ihre Daten sicher sind, und dass sie eine Produktivitäts-Tool zu ermöglichen, um die Unternehmen zu ermöglichen, zu untertenen Informationen, zwischen den Internen oder mit externen Vendern oder Klientern. Wir lieben die Kombination der Unternehmen. Wir hatten sehr gute Gespräche. Es gibt Menschen in der Produktion, der Finanzierung und der Gesundheit, die genügend brauchen, um ihre Informationen zu protegen, weil sie sehr sensitive Daten haben. Es war gut, diese Gespräche zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017